Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die personenzentrierte Theorie nach Carl Rogers. Dies ist der zweite Teil der Videoreihe. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir, dir diesen für ein besseres Verständnis einmal vorab anzuschauen. Auf dem Erzieherkanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um Themen des Erzieherberufs. Lasse gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und die Arbeit hinter dem Erzieherkanal zu unterstützen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Im ersten Videoteil haben wir etwas zu den Grundlagen der personenzentrierten Theorie nach Rogers gehört. Etwas zum Real- und Ideal-Selbst, zum Selbstkonzept und wie es sich entwickelt. Außerdem haben wir uns einen ersten Erklärungsansatz für innere Konflikte beim Menschen angeschaut. Es wurde dargestellt, wie sich ein hohes Selbstwertgefühl und wie sich ein geringes Selbstwertgefühl entwickelt und wir haben einen Blick auf den Erziehungsprozess von Kindern hinsichtlich der Theorie von Rogers geworfen. In diesem Video wollen wir uns den Begriff und die Bedeutung der Aktualisierungstendenz des Menschen einmal genauer anschauen. Zusätzlich betrachten wir, wie es zu persönlicher Entwicklung kommt, was es mit dem Starren und dem Flexiblen Selbst auf sich hat und am Ende des Videos nenne ich einen Erklärungsansatz für psychische Erkrankungen nach Carl Rogers. Was ist die Aktualisierungstendenz oder auch, wie es zu persönlicher Entwicklung bei Menschen kommt? Eine Grundannahme von Rogers lautet ja, dass jeder Mensch nach Entwicklung und Entfaltung strebt und diese erhalten will. Jedes Leben trägt das Potenzial nach Wachstum in sich, dieses wartet nur darauf, aktiviert zu werden. Dieses Potenzial nach Wachstum ist die Triebkraft aller Menschen. Rogers nennt dies das Streben nach Selbstverwirklichung. Das Ausschöpfen des Menschen seiner eigenen Entwicklungspotenziale, dem Wunsch nach Selbstbestimmung und Autonomie. Ganz vereinfacht gesagt ist genau das die Aktualisierungstendenz des Menschen. Schauen wir uns aber einmal genauer an, wie es dazu kommt und eben, wie sich der Mensch persönlich weiterentwickelt. Es kommt zu einer neuen Situation, diese kennt der Mensch noch nicht. Der Mensch stellt sich vor, wie diese sein könnte und bewertet sie anhand des eigenen bestehenden Selbstkonzepts, welches sich ja unter anderem aus dem bisherigen organismischen Erleben und der Rückmeldung aus der Umwelt entwickelt hat. Nehmen wir wieder das Beispiel aus dem ersten Video mit der Achterbahn. Eine Person ist noch nie Achterbahn gefahren, steht vor einer und kann sich nicht vorstellen, dass dies wirklich Spaß macht. Irgendwann lässt er sich überreden, ist dabei aber total skeptisch. Jetzt wird die neue Situation auf einer weiteren Ebene bewertet, nämlich auf der organismischen Ebene. Zu einer Selbstaktualisierung kommt es bei dem Menschen, wenn er Erfahrungen oder Erlebnisse sammelt, die noch nicht seinem bisherigen Selbstkonzept entsprechen, beziehungsweise gegenteilig zu diesem sind. Auf unser Beispiel bezogen, der Mensch dachte, dass er Achterbahnfahren blöd findet. Jetzt verspürt diese aber, trotz seiner anfänglichen Skepsis, enorme Freude, hat ab diesem Zeitpunkt eine neue Leidenschaft entdeckt. Da der Mensch ja nach Entwicklung und Selbstentfaltung strebt, dieses Erlebnis also positiv erlebt, möchte er es möglichst oft wiederholen. Diese Situation kann man auf so ziemlich alle Situationen und Gegebenheiten beziehen, in denen es um neue Erfahrungen geht. Aus diesem vorab bestehenden Selbstkonzept und den neuen Erfahrungen durch das organismische Erleben, also der körperlichen Erfahrung, dass das Achterbahnfahren doch spaßig ist, entsteht jetzt ein neues Selbstbild, welches der Mensch von sich hat. Das Selbstbild wurde aktualisiert. Deshalb spricht man hier auch von der Selbstaktualisierung. Bei der Selbstaktualisierung hat Rogers eine weitere Unterteilung vorgenommen. Menschen gelingt die Selbstaktualisierung, also die Anpassung und Implementierung neuer Gegebenheiten und Erfahrungen in das eigene, bestehende Selbstkonzept dann am besten, wenn sie ein sogenanntes flexibles Selbst besitzen. Ein flexibles Selbst entwickelt sich beim Menschen vor allem dann, wenn ein hohes Gefühl des Selbstwerts bei Menschen vorherrscht. Dann schaffen es Menschen tendenziell besser, sich neuen Erfahrungen und Gegebenheiten zu öffnen und diese zu integrieren, auch wenn diese bisher nicht dem eigenen Selbstkonzept entsprochen haben. Der Gegenspieler zu diesem flexiblen Selbst ist laut Rogers das starre Selbst. Das starre Selbst wird Menschen zugesprochen, welche über ein geringes Selbstwertgefühl verfügen. Auf neue Erfahrungen und Gegebenheiten, welche nicht in das eigene Selbstkonzept passen, kann sich ein Mensch mit starrem Selbst gar nicht oder nur sehr, sehr schwer einlassen. Die neuen Erfahrungen stellen dann nämlich eine weitere Bedrohung des jetzt schon geringen und niedrigen Selbstwertgefühls dar und wollen daher um jeden Preis vermieden werden. Der Mensch sieht in diesen neuen Erfahrungen und Gegebenheiten eine Bedrohung. Der Grundsatz der Theorie nach Rogers lautet ja, dass dieser nach Entwicklung und Entfaltung strebt bzw. diese erhalten möchte. Das Unterbewusstsein des Menschen mit starrem Selbst vermittelt ihm dann, dass die Entwicklung und Entfaltung und die Erhaltung dessen gefährdet ist durch die neue Situation und die neuen Gegebenheiten. Laut Carl Rogers können sich psychische Probleme durch eine anhaltende, sogenannte chronische Inkongruenz bei Menschen entwickeln. Eine Inkongruenz bedeutet, dass es zu einer Diskrepanz, also einer Abweichung kommt, zwischen dem, wie man sich selbst erlebt und wie man aktuell ist, also dem Real selbst, und dem, wie man sein möchte, also dem Ideal selbst. Diese Inkongruenz ist nicht per se schlecht. Sie kann auch dazu führen, dass sich der Mensch immer weiterentwickelt und immer zufriedener wird, nämlich dann, wenn er es schafft, diese Diskrepanz, also Abweichung, aufzuheben und es zu einer Anpassung des Selbstkonzepts kommt. Kritisch und gefährlich für die psychische Gesundheit des Menschen wird es, wenn diese Inkongruenz, wie eingangs schon erwähnt, chronisch wird, also lang anhaltend und der Mensch es nicht schafft, diese Diskrepanz aufzuheben und infolgedessen beginnt, die Realität zu verleugnen oder zu verzerren. Das kann zum Beispiel bei unrealistisch hohen Ansprüchen eines Menschen an sich selbst der Fall sein. Bei extremen Perfektionisten zum Beispiel. Wenn diese kurz vorm Burnout stehen, alle Signale ignorieren und sich einreden, dass sie sich nicht doll genug anstrengen und einfach effizienter werden müssen, dann beginnen diese nämlich die Realität zu verleugnen oder sie zu verzerren. Ein anderes Beispiel sind relevante und einschneidende Veränderungen, welche über einen langen Zeitraum nicht in das Selbstkonzept integriert werden können. Die Gefahr ist beispielsweise bei einem Todesfall oder einer schwerwiegenden Krankheit sehr hoch. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal.